Guten Tag, mein Name ist Peter Schönborn. Ich bin hier im Restaurant Anamalia Küchenchef und Küchenmeister. Und jetzt zur Gänse-Saison überlegt man sich, welche Gänse man kaufen kann. Wir beziehen unsere Gänse vom Spargelhof Kremmen. Das ist ein Gut, was ich kenne, wo ich den Bauern kenne. Ich weiß, dass die Gänse eine große Fläche haben, wo sie auf der Weide stehen. Sie werden gut ernährt, sie haben ein schönes Leben. Sie sind hier aus der Region und nicht irgendwoher, wo ich nicht weiß, wer sie schlachtet, wer sie erzogen hat, mit was sie ernährt worden sind. Sie haben wirklich ein gutes Leben gehabt. Und ich weiß, das Produkt kann ich mit gutem Gewissen an meine Gäste weitergeben. Jetzt habe ich eine frische Gans, die wollen wir braten. Die habe ich schon gewaschen. Die Innereien habe ich rausgenommen. Es ist der Magen, das Herz, ein bisschen Fett, kann man im Bretter lassen. Jetzt schneide ich noch die Flügel ab. Diese Drüse schneide ich etwas raus, dass der Stretzel drin bleibt, weil viele mögen ihn. Aber diese Drüse ist nicht unbedingt vom Vorteil. Jetzt schneide ich ein, gucke, ob alles sauber ist. Ich kann mit Röhre. Jetzt mache ich eine Salz-Pfeffer-Mischung und gebe großzügig Salz hinein. Weil innen erreicht das Salz auch das Fleisch. Von außen durch die Haut kommt kaum etwas durch. Ich würze mit reichlich Beifuß etwas Majoran, gebe kleingeschnittene Zwiebeln dazu. So klein müssen sie nicht geschnitten werden. Sie müssen nur ein bisschen Garoma abgeben. Einen geviertelten Apfel. Und lege sie erst mal mit der Brustseite auf, die Innereien. Wenn sie mir auf keinen Fall die Haut anklebt, dann habe ich den Vorteil, dass die Haut von der Brust mit Sicherheit unverletzt bleibt. Weil das wäre nachher für die Optik sehr, sehr abträglich. Dann ziehe ich ihn in den Ofen, ein Konvektomat, auf Dämpfen eingestellt. Natürlich hat nicht jeder zu Hause einen Dämpfer. Das macht mir das Leben leichter. Ich muss auch mehr als einen normalerweise schieben. Ich schiebe den ganzen Ofen voll. Wenn Sie zu Hause eine schieben, machen Sie es genauso in einem tiefen Bräter. Geben etwas Wasser dazu und decken Sie erst mal eine halbe, dreiviertel Stunde ab. Dass sie schön in den Würzen dämpft. Jetzt haben Sie zu Hause auch ein anderes Problem. Sie braten eine Gans und woher kriegen Sie die Soße? Wenn die Gans fertig ist, können Sie die Soße ansetzen, aber dann ist die Gans fertig. Und wenn die Gans fertig ist und Sie wollten eine Soße haben, die zwei Stunden kocht, ist die ganz kalt. Wir haben jetzt natürlich schon die ganzen Tage Gänse gebraten. Und jetzt koche ich hier im großen Topf Karkassen. Also Karkassen sind die Knochen. Und den Bratsatz koche ich hier an und habe, wenn Sie riechen könnten, einen wunderbar duftenden Gänsefond. Dann kann ich ganz einfach eine Soße machen, sie durchspassieren, ein bisschen Rotwein dazu, etwas abschmecken. Vielleicht mit ein bisschen Orangensaft, vielleicht noch ein bisschen Apfelsaft. Und ich habe eine kräftige Soße. So, jetzt haben wir die Gans eine Weile gedämpft. Jetzt drehen wir sie um, vorsichtig. Sie sehen immer noch die schöne Farbe. Dieser gelbe Ton, den Sie noch in der vorhandenen Gans nicht haben. Und jetzt gehen wir auf Hitze. Auch kombiniert mit etwas Dampf, damit ich nicht zu viel Feuchtigkeit von der Gans verliere. 210 Grad für, naja, sagen wir mal 20 Minuten. Dann gucke ich mir die Farbe an. Danach gehe ich runter auf vielleicht 120, 130 Grad. Auch kombiniert, damit sie ganz langsam durchzieht und gleichmäßig gart. Die sind etwa drei Stunden vergangen, seitdem ich die Gans geschoben habe. Das waren die 6 Kilo Gans. Manchmal braucht es ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Man muss ein bisschen Gefühl haben, auch wenn es hängt von jedem Ofen ab. Man muss auch den Ofen ein bisschen kennen. Diese ist jetzt fertig. Jetzt kann ich die servieren. Dazu nehme ich die erst mal raus. Schöne Farbe. Große Brust. Verhältniskeule zur Brust ist hier wesentlich anders, also wesentlich besser, als bei heiß. Heiß ist das wenigstens. Saft kommt raus. Und jetzt kommt das Schönste von dieser Gans. Das ist eine dicke. Prost. Schleichtes. Schön vorsichtig gegart hat. Auch saftig. Und butterzart. Wenn Sie ganz einfach sehen. Dazu gibt es einen Bratapfel. Der ist mit Mandeln, Marzipan und Nüssen gefüllt. Etwas Zucker und Zimt. Und unsere leicht abgebundene Soße. Gehen wir nachher noch was extra. Etwas Rotkohl. Auch mit dem Gänsefond gekocht. Das Essig. Rotwein. Und die Hauptsache eben frischer, schöner Gänsefond. Thüringer Klöße. Mit etwas Bröselbutter. Wir haben eine wunderbare, frische Brandenburger Gans. Und jetzt, wie Sie in aller Freude und mit gutem Gewissen genießen können. Und jetzt, wie Sie in aller Freude und mit gutem Gewissen genießen können.